Ja, das Ende vom Lied war dann so, dass ich zu spät zum Training kam, der eine Torhüter gar nicht und der eine Torhüter kam dann zu spät zum Treffpunkt. Ja, ich habe einfach eine extreme Bindung. Ich habe mir jetzt auch entschlossen, Mitglied hier bei diesem Verein zu sein. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum stehen hier so Schokobons und die gucken mich an? Der Klub-Podcast. Servus, liebe Klub-Fans. Ja, schon wieder ist ein ganzer Monat rum. Mittlerweile haben wir Oktober und somit ist es auch wieder allerhöchste Zeit für eine neue Folge unseres Klub-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und wie gewohnt freuen wir uns auch diesmal über einen spannenden Gast, der mir hier in meinem Büro gegenüber sitzt. Unser Schnittraum, den wir normalerweise aufnehmen, ist belegt. Basti sitzt gerade dran. Aber freue mich jetzt, dass Christian Martenia hier bei mir sitzt. Ja, Servus zusammen. Freut mich auch. Herzlich willkommen im Klub-Podcast. Chris, du bist 29 Jahre mittlerweile, einer unserer erfahrensten Spieler in einer ja doch recht jungen Mannschaft. Du hast schon viele, viele Interviews gegeben. Warst schon oft in TV-Interviews oder in Talkshows zu Gast. Das klettern sie auch schon wieder im 2. Bundesliga-Doppelpass, habe ich gesehen. Bist du vor solchen Formaten eigentlich noch ein bisschen nervös oder komplett tiefenentspannt? Nein, eigentlich schon relativ tiefenentspannt. Ich muss sagen, dass der Doppelpass zum Beispiel, wo ich ja auch bei Sport1 dann zu Gast war, schon was Spezielles war, weil es eine Live-Sendung war. Und man da natürlich vorher weiß, dass man da sich keine Fehler erlauben darf, weil da nicht irgendwie was rausgeschnitten werden kann. Dementsprechend war ich da schon ein Stück weit angespannt, aber im Großen und Ganzen bekomme ich das immer ganz gut hin. Deswegen passt das, ja. Bei uns kannst du auch ganz entspannt sein. Ist ja kein Live-Format. Wenn du gegenüber mir sitzt, da bin ich immer entspannt. Ja gut, das freut mich zu hören. Trotzdem zur Auflockung vielleicht, mache ich mal ein kleines Interview-Spielchen mit dir. Ich nenne dir einen Begriff oder einen Namen und du erzählst einfach mal, was dir spontan zu dem Begriff oder zu der Person einfällt oder was für Erinnerungen du daran hast. Und der erste Begriff, oder der erste Verein dann in dem Fall, VfL Frey-Weinheim. Ja, das ist natürlich mein erster Verein, wo ich Fußball habe spielen gelernt. Und dementsprechend ist es so, dass der Verein mir natürlich an Herzen liegt. Ich habe heute gerade schon ein aktuelles Thema, weil ich gemerkt habe, dass das, oder gesagt bekommen habe, dass da die Bälle knapp werden im Jugendbereich. Und habe mich heute bei meinem Ausrüster-Sponsor, was die Handschuhe betrifft, da schon erkundigt, dass ich da irgendwie die Bälle organisiert bekomme. Also ich bin da schon noch sehr verbunden, ja. Coole Aktion von dir. Ich habe gelesen, dass du aber als Feldspieler da gestartet hast. Ja, ganz klassisch. Wahrscheinlich hatte ich früher ein Stück weit zu viel auf den Hüften. Habe mich dann während dem Spiel immer auf den Ball fallen lassen und dann haben sie einfach gesagt, okay, der kann nur ins Tor. Und dementsprechend haben sie mich dann einfach reingestellt. Dann habt ihr die Jugend Hassjabingen und mit 14 Jahren ging es dann nach Mainz. Der nächste Begriff oder in dem Fall die nächste Person, Dimo Wache. Ja, mein Kindheitsidol auf jeden Fall. Ich hatte so wirklich zwei große Heroes. Das war auf der einen Seite Dimo Wache, weil er bei meinem Lieblingsverein Mainz 05 eben im Tor gestanden ist. Und ich war als kleiner Bub mit meinen Eltern dann im Stadion gewesen, hatte ganz klassisch die Dauerkarte und habe ihn dann in jedem Spiel immer verfolgen dürfen. Das andere Idol, darf man als Klubspieler nicht so laut sagen, ist Oliver Kahn gewesen damals. Und ja, das waren so meine zwei Idole, die ich immer nachgeeifert habe. Habt ihr heute noch Kontakt, also Dimo und du? Ja, hin und wieder, klar. Der Dimo hat keine einfache Zeit hinter sich, hatte viele Operationen, so Nachwirkungen aus seiner Karriere mit Kniegelenksersatz und Sprunggelenksersatz. Und ja, da haben wir aber trotzdem immer hin und wieder Kontakt. Und ja, jetzt wieder aktueller Torwarttrainer bei Darmstadt 98 und da freut man sich natürlich auch, wenn man dann sich bei den Spielen wieder trifft. Ich kann jetzt schon mal anteasen, von Dimo werden wir später noch was hören. Lass dich überraschen. Oh, schön, cool. Der nächste Begriff, blondierte Haare. Also ich bitte euch darum, dass ihr kein Bild reinteasert irgendwo. Das war ganz fies, also mein Style früher. In den frühen 2000ern war echt ein Skandal. Keine Ahnung, das war, damals gab es so den klassischen, wie heißt das hinten, wenn man die Haare halt, den Vukuhila, genau, wenn man die Haare hinten ein bisschen länger hat. Da war ich dann wirklich immer mit dem Kletteisen unterwegs und mir dann die Haare blondieren lassen. Dementsprechend sah das nicht so schön aus, ja. Würden wir niemals machen, das irgendwo zu posten. Ich kann aber mal den Tipp geben auf der Instagram-Seite von Christian Martina. Wenn man das so ein bisschen runterscrollt, da findet man noch die eine oder andere Perle. Dann muss ich das unbedingt danach aktualisieren jetzt. Stichwort Haare, die Beatles. Die Beatles? Ja. Boah, habe ich hin und wieder mal, aha, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Stichwort Instagram-Account, habe ich noch was gefunden. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, habe ich hin und wieder mal im Radio gehört. Ja, Beatles, da gab es mal ein cooles Event mit dem HSV, da haben wir eine Party geschmissen, wo sich jeder halt verkleiden musste. Und da war ich, glaube ich, mit Louis Holpby, mit dem La Soga und ich weiß gar nicht mehr wer. Nikolai Müller. Genau, Nikolai Müller haben uns dann als die Beatles verkleidet. War auch echt lustig und hat für den einen oder anderen Lacher auf der Party gesorgt, ja. Auch da kann ich empfehlen, mal bei Instagram vorbeizuschauen. Würzburg? Ja, Würzburg ist die Heimat von meiner Freundin. Ja, die Stadt kenne ich mittlerweile genauso gut wie Nürnberg, würde ich sagen. Ist eine sehr schöne Stadt, gefällt mir auch, weil das ähnlich ist wie Mainz. Ist eine relativ kleine Stadt, aber sehr gemütlich und schön und ich mag Wasser und ja, da fließt ja auch der Main durch und in Mainz ist eben der Rhein unterwegs und dementsprechend gefällt es mir da sehr gut. Wie sehr hat sich deine Freundin dann gefreut, als es dann hier nach Nürnberg ging und dann die Heimat nicht ganz so weit weg ist? Ja, das hat uns beide natürlich sehr gefreut. Ist klar, wenn die Familie dann in unmittelbarer Nähe wohnt, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Und ja, ich merke es einfach auch jetzt. Es ist für mich als Familienvater eine große Hilfe, dass meine Schwiegereltern eben in unmittelbarer Nähe wohnen und dementsprechend ist es einfach eine überragende Hilfe, die wir sehr gerne jede Woche mal annehmen. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt, ich darf nichts falsch sagen, über sechs Jahre zusammen. Okay. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Weißt du das noch? Wir haben uns in Frankfurt in einem Club kennengelernt. Ganz spontan und zufällig nicht über Instagram oder jegliche Kanäle. Die gute alte romantische Schuhe also. Die 26, deine Trikotnummer. Also ich muss gestehen, dass früher meine Nummer die 31 war. Die hatte ich ja auch bei Darmstadt 98 und bei Mainz in der Jugend habe ich mir auch immer die 31 genommen. Aber bei dem Wechsel hierher hatte, glaube ich, André Petrak die 31. Die wollte er auf Teufel rum und komm raus nicht hergeben. Ich habe ihn da wirklich wochenlang irgendwie angefragt gehabt und zu jeglichen Essen eingeladen. Also der hätte wirklich alles annehmen können, aber er wollte die Nummer nicht rausrücken. Und ja, dann habe ich mich für die 26 entschieden. Ich bin damals mit 26 Jahren hierher gewechselt. Da habe ich gesagt, okay, da hast du wenigstens ein bisschen die Verbindung dazu. Und ja, mit der Nummer fühle ich mich sehr wohl auf dem Rücken. Und was die Nummer betrifft, was die 1 auch betrifft, das haben mich ja auch schon sehr viele Leute gefragt. Es ist so, dass mir die 1 auf dem Rücken jetzt nicht so sehr viel bedeutet. Auch wenn es, glaube ich, in Fußballdeutschland schon eine Rolle hat, die Nummer 1 eben als Torwart hinten drauf zu tragen. Aber für mich persönlich ist es so, dass ich mit der 26 sehr gut leben kann und mich da wohl fühle. Und die 31 wolltest du gerne wegen deines Geburtsdatums? Ja, also die habe ich damals einfach genau auch wegen meines Geburtsdatums dann gewählt gehabt. Damals bin ich mit Christian Wettklo nach Darmstadt gewechselt. Und der hat sich natürlich erst mal die 1 geschnappt. Das ist ja klar. Und da wollte ich als kleiner Junge nicht aufmucken und ihm da die 1 streitig machen. Ja, und so kam es halt zu 31 und ja. Der nächste Begriff, ClubTV Outtakes. Ich glaube, da kriegt man jedes Jahr immer ein Highlight zu sehen auf YouTube. Wir können ja auch mal ein bisschen den hauseigenen Kanal ein bisschen pushen. Sehr gut, ja. Genau, jedes Jahr gibt es immer traditionell eigentlich die ClubTV Outtakes. Also ich würde sagen, ich spiele da eine größere Rolle als 80 Prozent der anderen Mitspielern. Würde ich unterschreiben, ja. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß auch mit dir oder mit Basti dann vor der Kamera ein paar Sachen zu drehen. Ein paar Outtakes. One-Taker. Ja, Stichwort One-Taker. Das wird es bei mir selten. Aber ja, an einem guten Tag schaffe ich das schon mit drei, vier Durchgängen irgendwie. Sehr gut, Chris. Dann war es das bis hierhin mit dem kleinen Interviewspielchen und wir hatten gerade schon mal deine fußballerischen Anfänge angesprochen. Du bist gebürtiger Mainzer. Was war das für ein Gefühl für dich dann als Kind oder als Jugendlicher dann mit dem FSV-Wappen auf der Brust trainieren und spielen zu dürfen? Ja, das war natürlich mein größtes Ziel und mein größter Traum einfach mit dem 0-5-Wappen dann wirklich auch Spiele bestreiten zu dürfen. Ein noch größerer Traum war es für mich natürlich in der Bundesliga, dort auch mein Debüt irgendwann mal zu geben. Dazu hat es leider nicht gereicht, aber für mich war es ein unglaublicher Traum einfach für meinen Verein Fußball spielen zu dürfen. Stichwort Enrico Valentini. Ich glaube, wir haben jetzt auch bei uns einen in der Reihe, der seinen Traum leben darf. Und das sieht man tagtäglich. Und ja, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefühl für seinen Verein aufzulaufen. Du hast es gerade angesprochen, für den Platz im Profitor hat es dann am Ende nicht ganz gereicht. Da gab es dann ein Duell um die Nummer 1 mit Loris Karius. Was für Erinnerungen hast du an diese Zeit, an diesen Zweikampf um das Tor in Mainz? Ja, es war eine sehr aufregende Zeit. Das war geprägt von einem Zweikampf, wo es wirklich immer hin und her ging. Es war teilweise so, dass ich dann die Nummer 3 war. Dann zwei Wochen später war Loris wieder die Nummer 3. Also es wurde da wirklich wöchentlich beurteilt, die Situation. Und ja, am Ende des Tages war dann die Situation so, dass ich glaube nach dem Augsburg-Spiel damals der Christian Wettklo die Gelb-Rote, glaube ich, bekommen hat. Und Heinz Müller verletzt war oder andersrum. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da habe ich mir dann schon so ein Stück weit gedacht, okay, jetzt nächste Woche ist es vielleicht soweit. Du kannst deinen großen Traum verwirklichen, für deinen Verein eben in der Bundesliga aufzulaufen. Und am Ende der Trainingswoche kam dann der Thomas Tuchel zu mir und hat dann mir mitgeteilt, dass er einen Loris spielen lässt. Das war natürlich für mich ein richtiger Nackenschlag, weil für mich dann dieser Traum, der so nah war, dann doch wieder so fern war. Und dementsprechend war das natürlich für mich schon eine sehr schwierige Zeit. Und dann haben wir als Familie und ja auch als Verein, also ich habe mit den Verantwortlichen dann auch gesprochen. Und dann haben wir dann beschlossen, dass wir andere Wege gehen. Der Weg ging dann für dich weiter im Jahr darauf in Darmstadt. Würdest du sagen, dass das ein absoluter Glücksgriff für dich war, die Entscheidung dann zu den Linien zu wechseln? Ja, auf jeden Fall. Also da hat alles, aber auch alles gepasst. Mit dem Wechsel nach Darmstadt war es soweit. Also ich habe ja mit Christian Wettkeloh in Mainz dann auch schon zusammengespielt gehabt. Und dann sind wir beide gleichzeitig, weil die Verbindung natürlich mit Dimo Wache dann da war, sind wir beide gleichzeitig zu Darmstadt 98 gewechselt. Der war da Torwarttrainer in Darmstadt. Genau, da war der Torwarttrainer schon und sind zusammen dorthin gewechselt. Und am Anfang habe ich mir natürlich keine Chancen ausgerechnet. Ich habe natürlich gedacht, dass der Christian Wettkeloh dann die Nummer eins wird vom Saisonstart weg. Aber der Wetti hat sich dann irgendwie kurzfristig dazu entschlossen, dann seinen Vertrag irgendwie aufzulösen. Ich weiß auch nicht, was da wirklich irgendwie passiert ist, aber auf dem einen Tag war er dann weg gewesen. Und ja, auf einmal stand ich dann im Kasten gegen Sandhausen, habe mein Zweitliga-Debüt gemacht und haben das dann gewonnen gehabt. Und dann sind wir durch die Liga marschiert und sind am Ende des Tages irgendwie aufgestiegen. Ja, es war unglaublich. Also in diesem Jahr hat wirklich alles gepasst. Merkt man dir an, dass das noch auf alle Fälle so mit schönen Erinnerungen behauptet ist bei dir. Ja, gerade der gute Saisonstart. Ich habe mal nachgeschaut, die ersten vier Heimspiele mit dir im Tor alle zu Null gewonnen. Erinnerst du dich noch speziell an diese Serie? Ja, also ich habe ja schon ziemlich viele Serien durch, positiv wie negativ. Aber ja, also ich kann mich da noch relativ genau daran erinnern, wie die Situation damals war, wie wir als Underdog halt in diese Liga reingegangen sind. Und also wenn du in Fußball Deutschland herumgefragt hättest, dann hätte glaube ich 90 Prozent gesagt, jeder von denen ein bisschen Ahnung haben von Fußball, hätten gesagt, okay, Darmstadt wird keine Chance haben, die Liga zu halten. Und dann haben wir von Anfang an die Liga aufgemischt und überrascht. Und das war auf jeden Fall ein übertrieben geiles Gefühl. Wie war die Stimmung damals speziell bei euch im Torhüter-Team mit Dimo dann als Trainer? Ja, Dimo ist auf der einen Seite ein sehr harter Torwarttrainer. Also ich erinnere mich da auch immer an das Trainingslager zurück. Da ist so, dass am letzten Tag des Trainingslagers, da sind dann die Feldspieler laufen gegangen. Also nicht so ein bisschen joggen, sondern die wurden richtig hart herangenommen. Und ja, wir Teuter sind dann immer an den Strand gegangen. Und der Dimo hatte dann die Idee, dann wirklich jeden Ball, den ihm zur Verfügung stand, zu nehmen und uns halt um die Ohren zu hauen im Sand. Und du konntest einfach nach einer Dreiviertelstunde nicht mehr stehen. Du bist einfach irgendwie nur umgefallen. Und ja, das sind aber so Sachen, die mich auch geprägt haben, wo auch meinen Willen eben geschult haben. Und ja, zu Dimo ist er auf der einen Seite ein unglaublich harter und guter Torwarttrainer. Aber auf der anderen Seite ist er auch ein wunderbarer Mensch, mit dem man viel Spaß haben kann, außerhalb des Platzes auch. Und ja, ich habe die Zeit wirklich sehr genossen. Und genossen hast du die Zeit nicht nur mit Dimo, den wir, wie schon angekündigt, gleich hören werden. Aber wir haben noch einen Gruß von einem anderen ehemaligen Mitspieler aus seiner Darmstädter Zeit. Und den hören wir uns jetzt mal an. Hey Chris, grüß dich. Mario Saus hier. Wir haben eine Saison zusammengespielt, leider nur, bei einer Darmstadt 98 damals. Obwohl wir Konkurrent waren, haben wir uns gut angefreundet miteinander. Und es war einfach eine geile Zeit. Ich erinnere mich gerne daran zurück. Nicht nur, weil wir dann sportlich aufgestiegen sind und das die ganze Saison gekrönt haben, sondern auch drumherum war eine ziemlich legendäre Saison. Ich nenne nur zwei Beispiele. Unseren legendären Abend im Star Club. Oder unser legendärer Abend beim Griechen. Und ja, freundlich im Hintergrund. Viele Grüße aus Wolfsburg. Bleib so wie du bist. Ciao. Oh nein. Chris, wir wollen Details. Details. Erstmal, wer hat da gerade gesprochen? Erzähl nochmal kurz. Der Marius Saus. Ja, der war damals auch ein Torwartkollege in der Zweitligasaison in Darmstadt. Und ja, ist einfach ein überragender Mensch, der auch wirklich eine gute Qualität hatte. Und der uns als Torhüter-Team, ja, auch auf ein anderes Level halt gehoben hat. Und ja, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren und auch außerhalb des Platzes ein paar Sachen zu unternehmen. Was für legendäre Abende waren das und warum waren die so legendär? Ist das was, was du jetzt hier erzählen kannst? Also ich kann, also er hat ja dann den Starclub in Mainz angesprochen. Es war so, dass wir immer im Torhüter-Training haben wir am Ende des Trainings immer so Spiele gemacht, wie Lattenschießen oder keine Ahnung. Ja, und dann war es halt so weit, dass ich halt verloren gehabt habe. Und ich habe dann die ganze Torhüter-Truppe dann zum Griechen eingeladen. Und ja, dann haben wir halt gegessen gehabt und auf einmal geht die Tür auf. Und dann steht auf einmal der Dirk Schuster da. Und dann hat der Dirk Schuster erst mal ein, zwei Uso-Flaschen dahingestellt. Und dann haben wir ein bisschen was getrunken gehabt und hatten am nächsten Tag um 11 Uhr Training. Das war uns natürlich allen bewusst. So, und ja, das ganze Torhüter-Team war sich dann nach dem Essen einig, dass wir weiterziehen nach Mainz in einem Club. Und dann haben wir dort ein bisschen gefeiert. Und ja, das Ende vom Lied war dann so, dass ich zu spät zum Training kam. Der eine Torhüter gar nicht. Und der eine Torhüter kam dann zu spät zum Treffpunkt. Gab es dann Strafen noch? Ja, natürlich gab es da Strafen. Ja, aber es war auf jeden Fall ein legendärer Abend, den ich auch nicht vergessen werde. Es war schon cool. Also die Mannschaft war natürlich nicht glücklich, weil sie dann auf einmal ohne zwei Torhüter dastanden. Aber das Training war am nächsten Tag glücklich. Das Training war genau in der Länderspielpause. Da haben wir ein bisschen runtergefahren. Aber das Training war um 11 Uhr angesetzt. Geschichten aus der Kreisliga, würde ich sagen. Aber letztendlich gehört sowas ja, also so Teambuilding-Geschichten, gerade dann auch vielleicht als Außenseiter, wenn du so in die Saison gehst und die Mannschaft hat von so einem Teamgeist auch lebt, gehört das ja irgendwie auch dazu. Ja, das war sehr ausgeprägt bei uns. Also als Mannschaft haben wir ja viele Sachen gemacht, weil wir genau wussten, wir können es nur über diese mannschaftliche Geschlossenheit schaffen. Und das haben wir uns wirklich ab Tag eins zu Herzen genommen und haben auch viele Dinge außerhalb des Platzes gemacht. Und das hat uns am Ende des Tages so zusammengeschweißt, dass wir vielleicht die Dinge, die auf dem Platz oder die der Gegner halt, wo er Vorteile gegenüber uns hat, haben wir darüber wettgemacht. Und ja, wie gesagt, ich kann einfach nur sagen, dass es einfach eine unglaubliche Saison war. Die ihr dann, wie schon angesprochen, dem Aufstieg gegründet habt und wenn wir schon beim Thema Feiern sind, wie ist dir die Aufstiegsfeier noch in Erinnerung geblieben? Schwierig. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall auf den Ballermann geflogen sind und an den Ballermann geflogen sind und es war einfach eine übertrieben geile Party. Auch in Darmstadt war ja viel los. Ja, da war das komplette Programm mit Autochor, so Eintrag ins Goldene Buch und auf der Bühne, da war noch irgendwie ein Stadtfest gewesen und da wurde eine riesengroße Bühne aufgebaut und da haben die wirklich das Programm von dem Fest dann sausen lassen, weil wir dann als Mannschaft da gekommen sind. Und da ist also Momente für die Ewigkeit, das ist ganz klar. Ich habe mich mal durch ein paar YouTube-Videos geforstet und bin auf eine Stelle gestoßen, in der du das Mikrofon auf der Bühne in weiter Aufstiegsfeier in der Hand hast und da hören wir doch mal ganz kurz rein, lieber Chris. Wenn ich schüft die Soffe mache, hey, hey, wenn ich schüft die Soffe mache, hey, hey. Mach den ja, mach den ja, mach den ja, mach den ja, mach den ja. Erste Runde, krankenschein, dann der Obertod, Überstunde nehmen wir zur Not, da kommt die Kündigung, scheißlicher Hall, SV Darmstadt International. Aber du müsstest auch mal ein paar Videos suchen von Frank Steinmetz, unserem Co-Trainer, da gibt es auch legendäre Videos. War der damalester Co-Trainer bei euch? Ja, genau. Ach Wahnsinn. Mit dem habe ich das alles durchlebt. Ja, klang auf alle Fälle, wie du schon beschrieben hast, sensationell. Und dann ging es tatsächlich mit Darmstadt eine Liga höher in die Bundesliga und das waren ja wirklich fast alles Duelle, David gegen Goliath, muss man sagen. Und am Ende auch da sensationell die Klasse gehalten. Welche Erinnerungen hast du an die Bundesliga-Saison mit Darmstadt? Boah, also im Vergleich zur zweiten Liga war es so, dass wir wirklich in die Erstliga aufgestiegen sind und haben jetzt dann so ein bisschen auch eine andere Taktik gefahren. Die Trainer haben dann auch ein bisschen Erfahrung eingekauft mit Kocka Rausch, der jetzt auch hier da ist, mit Sandro Wagner, Peter Niemeyer. Die haben alle Bundesliga-Erfahrung. Wir waren alles Spieler nach dem gleichen Prinzip. Wir sind eigentlich überall gescheitert, haben dann irgendwie nochmal eine Chance vom SV Darmstadt 98 bekommen, um uns nochmal zu zeigen. Und das hat uns als Mannschaft halt zusammengeschweißt. Aber ja, diese nötige Erfahrung hat uns auch in der ersten Bundesliga dann weitergeholfen. Klar sind wir in jedes Spiel als Underdog reingegangen, aber wir haben die erste Liga so angenommen, wie sie ist. Wir wussten, was wir können. Das war nicht schön. Also es war absolut nicht schön anzusehen, aber wir wussten, dass die Gegner dadurch Probleme bekommen. Und das haben wir dann eindrucksvoll bewiesen und haben es dann irgendwie geschafft, am vorletzten Spieltag sogar schon die Liga zu halten. Wahnsinn. Vorletzter Spieltag in Berlin, das 2 zu 1. Und das passt jetzt nämlich sehr gut, denn rund um den O-Ton von Dimo Wache. Der dreht sich nämlich rund um dieses Spiel in Berlin. Und da hören wir mal rein. Ein krasses Spiel auf jeden Fall. Dann musst du uns nochmal erklären, was genau er damit meint. Hören wir mal rein. Chris, grüß dich. Dimo hier. Ja, ich wurde gebeten, etwas über dich zu sagen. Fällt mir natürlich nichts ein. Ah, Moment. Doch, mir fällt was ein. Erinnerst du dich an den 07.05.2016? Der Tag, an dem du zum Mann wurdest, und zwar in der Halbzeit und dann nach der Halbzeit. Ich freue mich, dass du deinen Platz in Nürnberg gefunden hast. Ich wünsche dir alles Gute in Zukunft. Natürlich nur in 32 Spielen, aber wir werden sehen, was passiert. Also, bleib gesund. Grüße, Dimo. Ich habe nachgeschaut, der 07.05.2016 ist nämlich der Tag mit dem 2 zu 1 Auswärtssieg in Berlin. Und Chris, warum bist du da zum Mann geworden? Ja, das war, ich glaube, es müsste um die 30. Minute gewesen sein. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr. Ah, das war Ibisevic gewesen, genau. Das war eine Szene, da kam, glaube ich, irgendwie ein Eckball rein. Und ja, der Ball ist dann in den Fünfer geflogen. Und ich bin dann mit einer Faust voraus, wollte den Ball klären. Und Ibisevic lag wie zu Basa Osora bei den Superkickers quer in der Luft. Wollte irgendwie versuchen, einen Fallrückzieher zu machen. Und ja, ich habe in allererster Linie den Ball getroffen. Und er hat dann in der Kickbewegung meine Hand getroffen. Und ja, dann lag ich am Boden und ich wusste direkt, dass meine Hand gebrochen ist. Und ja, da kamen die Ärzte auf den Platz. Und ich habe zum Doggy gesagt, hier, meine Hand ist gebrochen. Das hat geknackst. Und ich wusste, dass sie komplett durch ist. Und er wollte mir noch einreden, nein, nein, die ist nicht gebrochen. Und ich so, bist du doof? Die ist so hundertprozentig gebrochen. Und ja, in der Halbzeitpause bin ich dann reingegangen. Und ja, dann hat der Demo mich halt, ja, hat mir halt die Frage gestellt, willst du ein Mann werden? Dann spielst du heute durch und hältst uns die Liga und wirst du Legende in Darmstadt? Oder bist du eine Memme und gehst raus und wir gehen irgendwie runter? Keine Ahnung. Und ja, das war dann so, dass ich mir dann das hat betäuben lassen. Und bin dann zum Mann geworden, durfte noch ein, zwei Bälle entschärfen. Und wir haben dann am Ende des Tages die Liga gehalten an diesem Tag. Ich mit riesen Schmerzen dann am Abend im Bett gelegen und wurde dann am nächsten Tag schon operiert. Also mit Party war da nichts. Aber war ein sehr prägendes Erlebnis, ja. Ja, irre Geschichte. Ich habe nachgeschaut, Sandro Wagner kurz vorm Ende das Tor gemacht. Genau, genau. Er hat 2 zu 1 gewonnen in Berlin und schon am vorletzten Spieltag dann den Klassenerhalt perfekt gemacht. Mit dir, mit einem Mittelhandbruch. Genau, ja. Nach dem Klassenerhalt hast du dich dann dazu entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen. Was waren dann deine Beweggründe? Weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich war ja in Darmstadt bis dahin alles perfekt. Ja, es war so, dass ich mir halt die Frage gestellt habe, okay, du bist jetzt aus der zweiten Liga sensationell aufgestiegen in die erste Liga. Du hast es irgendwie geschafft, in dieser ersten Liga zu bleiben und schaffst du das nochmal? Und diese Frage habe ich mir gestellt und ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, dass du hier nicht mehr bewirken kannst, als das, was wir jetzt geschafft haben. Und gleichzeitig kamen halt ein paar Anfragen, auch aus der Bundesliga und gerade auch dann vom HSV, was mich sehr gereizt hat. Und ja, dann habe ich mich am Ende des Tages dazu entschlossen, halt von meiner Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen und habe dann am Ende des Tages dem Dirk Schuster und Dimo dann Bescheid gesagt, dass ich zum HSV wechsle habe. Wie haben die reagiert? Nicht schön, ja. Also es war natürlich ein Gespräch, wo sehr unangenehm ist, weil du natürlich viel miteinander erlebt hast, viele Dinge durchlebt hast und natürlich war das dann am Ende des Tages auch für mich kein schönes Gespräch, aber ja, am Ende des Tages bist du dann auch für dich selbst verantwortlich und ich wollte auch das Gespräch mit dem Vereinsuchen, mit den Verantwortlichen und nicht das irgendwie über den Berater machen. Und das war mir auf jeden Fall wichtig, das über die persönliche Schiene zu machen. Man muss ja auch irgendwie sagen, du warst damals dann 24, hast ja gerade aufgezählt, was du davor geschafft hast mit Darmstadt. Irgendwie war das ja auch der logische nächste Karriereschritt, da muss man ja, da braucht man ja nicht drum herum reden, der HSV ist ja ein riesengroßer Verein und in dem Sinne ja auch irgendwie nachvollziehbar. Du bist ja sicherlich trotzdem, oder nicht trotzdem, du bist ja mit Erwartungen dann nach Hamburg gegangen. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zeit in Hamburg, würdest du sagen, dass die erfüllt worden sind? Also von dem ganzen Drum herum, also um dem Fußball herum hat es mich auf jeden Fall erfüllt. Also es ist einfach eine unglaubliche Stadt mit unglaublich tollen Fans, die wie hier in Nürnberg, glaube ich, auch eine sehr große Erwartungshaltung haben. Aber ja, vom Drumherum fand ich es einfach überragend, aber was das Sportliche anging, hat es mich natürlich gar nicht erfüllt. Ich wusste natürlich, dass ich mit René Adler in der ersten Saison einen starken Konkurrenten habe und wusste aber auch gleichzeitig, dass er sehr verletzungsanfällig war und dass ich auf jeden Fall meine Chance bekomme. Und das, ja, war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit, sagen wir mal so. Also meine Erwartungen hat es nicht erfüllt, das ist ja ganz klar. Ja, verstehe ich. Du hast da mit dem HSV im ersten Jahr, habt ihr noch den Klassenhalt geschafft, mit einem Last-Minute-Tor von Luca Weitschmidt in der 88. Minute, 2 zu 1 gegen Wolfsburg. Und Luca hat uns was erzählt, was dann danach passiert ist. Stichwort Ballermann. Es sollte wohl wieder mal nach Mallorca gehen für euch. Das hat aber nicht ganz geklappt. Wir hören mal rein. Moin, Chris, du Sack. Luca hier. Ja, ich hoffe, dir geht es gut. Ich wollte mal hören, ob wir damals nach dem letzten Spieltag in Hamburg alle Flieger bekommen haben, die wir bekommen sollten oder erzähl einfach mal kurz. Viel Spaß und liebe Grüße. Ciao, ciao. Moin, Chris, du Sack. Super Begrüßung. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wir haben gegen Wolfsburg gespielt, haben das Spiel gewonnen gehabt und haben dann die Liga gehalten. Und am Ende des Tages ist es natürlich so, dass man das natürlich ausgiebig feiert. Wir waren auf dem Kiez gewesen, haben den ein bisschen unsicher gemacht. Und dann war es so, dass ich glaube, dann morgens irgendwann um sechs, halb sieben, sieben dann irgendwie zu Hause ankam. Und ja, dann auch nicht mehr viel geschlafen habe, weil ich mir direkt das Spiel nochmal reinziehen wollte. Und ja, habe den ganzen Tag halt nochmal Revue passieren lassen. Und im gleichen Moment hat mir der Luca eine Nachricht geschrieben, Bock auf Ballermann, Fragezeichen. Und ja, da habe ich schon Lust drauf gehabt. Und dann haben wir uns alles fertig gemacht, haben die Tickets gebucht, Hotel gebucht. Hat er mich abgeholt gehabt und dann sind wir zum Flughafen gefahren. Wir standen, keine Ahnung, eineinhalb Stunden im Stau. Und dann haben wir schon gemerkt, im Auto, das könnte eng werden. Und ja, dann sind wir in den Flughafen rein und haben leider nicht mehr durchgehen dürfen durch die Sicherheitskontrolle. Und dann ist der Flieger leider ohne uns nach Mallorca geflogen. Aber es war eine relativ spontane Aktion, dass er mir morgens dann einfach geschrieben hat, ja komm, lass mal zum Ballermann fliegen. Oh Mann, ärgerlich. Es kommt jetzt hier rüber, als wäre ich hier irgendwie ein richtiger Ballermann-König. Ach Quatsch. Also ich war da seit fünf Jahren nicht mehr. Ja und dann damals, 2000, wann war das, 17? Ja, auch nicht. Hat ja auch nicht geklappt. 2017 gelang euch der Klassenheit, 2018 dann allerdings nicht mehr. Man muss auch sagen, wenn man sich mal die gesamte Vereinsgeschichte vom HSV anschaut, gab es wahrscheinlich auch keinen schwierigeren Zeitpunkt, um zu diesem Verein zu wechseln. Sportlich, haben wir ja gerade schon gesagt, lief es ja wirklich nicht gut. Es gab auch extrem viele Trainerwechsel und dann ist es ja auch so, dass jeder Trainer einen anderen Torwart favorisiert oder den Kampf um die Nummer 1 wieder neu ausruft, was dann erstmal wieder auch die Nummer 2 wieder die Chance gibt, ins Tor zu kommen. Wie hast du speziell diese wilde HSV-Zeit erlebt, wenn es dann darum ging, die Nummer 1 zu werden? Ja, war sehr speziell. Also man muss jetzt im ersten Jahr rückblickend sagen, dass ich die Spiele, die ich bekommen habe, schon für mich genutzt habe. Ich konnte von einem unglaublichen Torhüter lernen, René Adler. Also ich denke, dass er von der Technik her schon übertrieben guter Torwart ist und ich durfte sehr viel von ihm lernen. Und im zweiten Jahr war es so, dass ich dann mit Pollersbecken Konkurrenten gehabt habe, der glaube ich ein paar Wochen vorher dann die EM oder WM gewonnen hatte und da irgendwie als bester Torwart nominiert wurde. Und ja, es war dann schon eine schwierige Situation für mich, weil ich auf der einen Seite gedacht habe, okay, du hast jetzt in dem letzten Jahr eigentlich sehr gute Spiele gemacht und warum vertraut der Verein dir nicht die Nummer 1 an? Und ja, es war halt so, dass es halt ein offener Konkurrenzkampf war von der Ab-Minute 1 und den habe ich mal für mich genutzt, dann der Polle für sich. Und am Ende des Tages war es dann so, dass wir, glaube ich, vier- oder fünfmal das Tor gewechselt haben. Keine Ahnung. Also war auf jeden Fall sehr wild. Ein anderer negativer Höhepunkt in der Abstiegssaison war dann die 0-6-Niederlage in München. Da standest du dann im Tor. Und dann ja auch extrem unschöne Aktionen der HSV-Anhänger. Eure Zeit ist abgelaufen, wir kriegen euch alle. Und Grabkreuze, die aufgestellt waren im Volkspark. Schon beim Spiel davor gab es auch irgendwie Plakate mit, bevor die Uhr abgelaufen ist, jagen wir euch durch die Stadt. Was macht das mit einem Spieler, der ja eigentlich Bestleistung abrufen muss für diesen Verein, damit der in der Liga bleibt? Aber in meinen Augen kannst du das ja gar nicht mehr, wenn du weißt, dass die Anhänger so über euch denken oder über dich. Und das belastet doch auch irgendwie mental dann. Ja, natürlich belastet das. Gerade mit diesem Banner, was aufgehängt wurde, wir jagen euch durch die Stadt. Wenn die Uhr aus irgendwie, was, was? Bevor die Uhr abgelaufen ist. Genau. Das war ja auch noch vor dem Spiel. Also da denke ich mir dann auch als Spieler so, was wollt ihr damit bezwecken? Also wir spielen für den Verein und auch für euch als Fans. Und dann hängt ihr so ein Banner vor dem Spiel auf. Also das ist ja absolut, also keine Ahnung. Also die Aktion ist ziemlich dumm in meinen Augen. Und das hat uns natürlich sehr belastet. Und da sind auch natürlich Sachen vorgefallen, wo sie uns dann abfangen wollten. Oder auch die Kabine stürmen wollten. Und das sind alles so Sachen, die dich dann natürlich neben dem Fußball beschäftigen. Und wo du natürlich dann auch Gedanken dran hast. Und ja, das zieht ja einfach dann auch Energie. Und es war einfach, was das betrifft, dann auch keine schöne Zeit dann im zweiten Jahr. Wie hast du dann den Abstieg erlebt? Du hast dann, standest du nicht im Kader am 34. Spieltag? Warst du im Stadion dann, oder? Ja, ich war natürlich im Stadion, klar. Wir hatten ja auch die Pflicht, dann ins Stadion gehen zu müssen. Und ich wollte natürlich auch bei meinen Kollegen sein. Aber ich habe mir dann relativ schnell einen Flieger genommen. Bin dann direkt nach dem Spiel mit meiner Freundin zum Flughafen. Und dann haben wir das Thema dann auch gelassen. Wie lange hast du dann gebraucht, um das, oder spätsel dann das zweite Jahr beim HSV zu verarbeiten? Ja, es hat schon ein Stück weit gebraucht. Ich war danach natürlich dann auch im Urlaub gewesen. Und natürlich hat dich das immer wieder beschäftigt. Und du hinterfragst dich dann als Profisportler natürlich dann auch, was hättest du besser machen können, um das Ganze auch ein Stück weit dann positiver zu beeinflussen. Aber am Ende des Tages habe ich mich dann reflektiert und war dann, was meine Leistung auf dem Platz angeht, natürlich nicht zufrieden. Aber mit dem Drumherum, was ich für die Mannschaft getan habe, wie ich mich dann auch im Speziellen verhalten habe. Ich denke, es ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn du drei, viermal den Torwart wechselst, dass du dann trotzdem demütig bleibst, weiterarbeitest und dann trotzdem für die Mannschaft da bist. Und diese ganzen Sachen habe ich eben erfüllt. Und das ist mir auch sehr wichtig gewesen, dass ich trotzdem mit mir selber im Reinen bin. Und das war ich dann am Ende des Tages. Aber trotzdem war ich dann komplett mit der ganzen Situation dann sehr unzufrieden. Und das hat mich dann auch ein Stück weit, keine Ahnung, zwei, drei Wochen gewurmt. Ja, und hast dann ja auch ein neues Kapitel aufgeschlagen, hier bei uns im Nürnberg. Wie kam das zustande? Wie kam der 1. FC Nürnberg dann auf dich zu, auf den Berater oder wie lief das damals? Ja, auf einem ganz klassischen Weg. Es war so, dass ich eigentlich bei einem anderen Verein schon am Samstag, glaube ich, eine Vertragsunterzeichnung gehabt hätte. Also da war schon alles ausgehandelt. Wenn es mir zu verraten, welcher das war. Nee. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Verein gewesen, der jetzt in der Bundesliga spielt. So viel kann man sagen. Und ja, da war schon alles fix. Und am Donnerstag hat dann der Michi Kölner dann bei meinem Berater angerufen. Und dann hat der Tobi mich dann nochmal angerufen, also mein Berater, und hat dann gemeint, ja, wir haben da was aus Nürnberg, die wollen die nicht unbedingt. Und wir können uns das ja mal anhören. Dann sind wir natürlich direkt hierher nach Nürnberg gefahren und haben uns das angehört. Und dann hat mich der Michi Kölner mit seinem super oberpfälzigen Dialekt überzeugt. Ja, dann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Da habe ich Bock drauf. Und ja, es hält jetzt. Haben wir das Michi Kölners Dialekt zu verdanken, dass du jetzt mir hier gegenüber sitzt. Es hat auch nicht allzu lange gedauert, bis du dann auch hier Stammkeeper wurdest und ist ja auch nach wie vor bist. Trotzdem muss man sagen, lief ja auch dann speziell die erste Saison hier bei uns nicht so, wie man sich das wahrscheinlich wünscht, wenn man zu einem neuen Verein kommt. Du bist dann zum zweiten Mal in Folge abgestiegen mit einem Verein. Was hast du dir dann damals gedacht, im Mai 2019, als es dann zum zweiten Mal passiert ist? Es war natürlich auch ein brutal bitterer Tag für mich nach dem Spiel gegen Gladbach, als es wirklich dann auch besiegelt war, dass wir absteigen aus der Bundesliga. Aber im Gegensatz zu Hamburg habe ich nicht die Stadt verlassen, sondern oder habe geschaut, dass ich so schnell wie möglich die Stadt verlasse, weil ich dann irgendwie Angst haben muss. Sondern für mich war es einfach ein geiles Gefühl, dann auch im Stadion zu stehen. Und wenn man einfach gesehen hat, wie die Leute einfach mit dem Abstieg umgegangen sind, das hat mir auf jeden Fall sehr imponiert. Und das hat mich auch stolz gemacht, diesen Verein zu repräsentieren und auch das Trikot tragen zu dürfen. Und das war halt auch so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du willst ja einfach längerfristig bleiben, weil es sich in diesem Jahr so viel, oder von meiner Seite aus, ich mich so gebunden habe an diesem Verein, dass ich mich halt dazu gezwungen gehabt, gefühlt gehabt habe, meinen Vertrag dann weiter zu verlängern. Also das ganze Drumherum hat auf jeden Fall da schon seinen Teil dazu beigetragen. Und auch das Jahr darauf lief ja wieder nicht so. Es war für dich, jetzt muss man ja eigentlich sagen, 2016, 17 mit Hamburg am letzten Spieltag gerettet, 2017, 18 mit dem HSV abgestiegen, 18, 19 mit dem Klub abgestiegen und dann nervlich nochmal draufgesetzt mit diesem Herzschlagkrimi in der Relegation. Das waren ja, muss man einfach so sagen, so vier Jahre mentaler Dauerstress für dich. Hattest du trotzdem das Gefühl, dass du den Job als Fußballer oder als Torwart noch ein Stück weit genießen konntest? Oder gab es eher Momente, wo du dir gedacht hast, wann hört das jetzt endlich auf? Wann kommen auch mal wieder vielleicht so Zeiten wie in Darmstadt? Wie sah das da in dir aus? Es ist natürlich so, dass du den einen oder anderen Tag dann auf den Trainingsplatz gehst und das Trainieren fällt dir dann nicht so einfach wie in guten Zeiten oder in Zeiten, wo du halt viel punktest. Aber man muss sich halt immer vor Augen halten, dass du halt einer der wenigen bist, die diesen Job halt ausüben dürfen. Und ich denke, dass da draußen ganz viele talentierte Jungs rumlaufen, die deinen Job gerne haben würden. Und dementsprechend, das muss man sich einfach jeden Tag vor Augen halten. Und das sage ich auch eigentlich immer den Jüngeren, dass man sich glücklich schätzen darf, so einen Beruf eben ausüben zu dürfen. Und deswegen gebe ich da immer jeden Tag Gas. Das ist auf jeden Fall eine Motivation für mich. Du sagst, es ist der Traum von vielen, auch für solche große Traditionsvereine zu spielen wie den HSV oder den 1. FC Nürnberg. Auf der anderen Seite ist ja aber auch die Verantwortung dementsprechend brutal groß, weil es gibt ja so viele Menschen, die ja in diesem Verein hängen. Ist der Druck denn überhaupt für einen Menschen aushaltbar da in solchen krassen Phasen? Also Stichwort Relegation Ingolstadt oder mit dem HSV, wenn es dann darum geht, dass der Klub halt zum ersten Mal absteigen könnte in die zweite Liga? Also Druck gehört ja zu unserem Job dazu. Und ich denke, du bekommst ja schon einiges mit in deiner Karriere. Und gerade die HSV-Zeit hat mich sehr geprägt. Und ich wusste, was es eben nicht braucht, um sowas halt nochmal zu wiederholen. Und deswegen, das war auch mein erster Input, so glaube ich, als ich hier nach Nürnberg gewechselt bin, habe ich schon darauf geguckt, dass wir als Mannschaft schon eine sehr geschlossene Mannschaft sind, dass wir auch viele Sachen machen und gucken, dass wir mit uns in Reihen sind. und Druck gehört einfach dazu. Aber klar, die Relegation, das war natürlich sowas, sowas hat und wird auch niemand mehr hoffentlich, also dreimal Klopf, wird auch hoffentlich niemand mehr von uns miterleben. Aber das ist auch sowas, da kann jeder was Positives rausziehen. Klar war das am Ende des Tages dann ein Spiel, wo nicht schön war. Ich denke, das hat man auch an meinen Bildern am Ende des Tages dann gesehen, dass ich da auch ziemlich fertig war und ja, aber das prägt auch einen und jeder kann da was Positives rausziehen, dass sowas eben nicht mehr wieder passiert. Du bist jetzt seit über drei Jahren hier in Nürnberg und hast tatsächlich für keinen anderen Verein zuvor so viele Pflichtspiele bestritten wie für uns. Ist dir der Klub schon ans Herz gewachsen? Der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Also als ich damals meinen Vertrag unterzeichnet habe, war es schon so, dass ich eine extrem starke Bindung zu diesem Verein hatte. Durch meine Freundin, die aus Würzburg kommt, ist es so, in Würzburg gibt es ja eigentlich nur Clubfans. Da ist der Nachbar Clubfans und da merkt man einfach, was für eine Wucht dieser Verein hat und ja, ich habe einfach eine extreme Bindung. Ich habe mir jetzt auch entschlossen, Mitglied hier bei diesem Verein zu sein. Da habe ich jetzt letzte Woche mein Willkommensgeschenk bekommen mit allen Autogrammkarten mit den Teutern oder von den Teutern, mit denen ich immer hier zusammen gespielt habe und ja, also ich fühle mich einfach pudelwohl. Dieser Verein gehört auch woanders hin, aber ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind, das merkt man und ja, ist einfach ein übertrieben geiler Verein und das ist einfach super hier. Sehr schön. Jetzt bist du, haben wir schon angesprochen, unangefochtener Stammtorwart, zeigst aktuell auch wirklich konstant gute Leistungen. Wir stellen die beste Abwehr der Liga. Kann man sagen, dass es für dich persönlich ja eigentlich so gut läuft wie seit vielen Jahren nicht mehr? Knüpft das vielleicht auch so fast schon ein bisschen an diese Darmstädter Zeit an so emotional? Ich würde sagen, dass wir uns als Mannschaft sehr gut anstellen. Im Defensivverbund ist es so, dass wir schon sehr gestärkt wirken und auch in unseren Abläufen sehr gut sind und dann ist es auch klar, dass ich als Torwart davon profitiere. Wir haben jetzt auch ein paar Jahre hinter uns, wo wir in der Defensive schon unsere Probleme hatten und wir wussten jetzt auch in der Vorbereitung, dass wir natürlich da auch ein Stück weit drauf, eine Schippe draufpacken müssen und das haben wir jetzt gemacht und da profitiere ich davon, das ist ganz klar. Aber für mich ist der Weg noch lang und ich will auch trotzdem noch bessere Leistungen bringen, gerade jetzt auch das Spiel mit dem Ball, also am Fuß, da sehe ich auf jeden Fall schon Nachholbedarf und ich bin auf jeden Fall noch nicht fertig, also ich will da trotzdem noch eine Schippe drauflegen. Speziell im Max-Morlock-Stadion läuft es auch gut, wie groß ist jetzt aktuell immer die Vorfreude auf Heimspielen. Wir haben erst ein Gegentor übrigens kassiert in den fünf Heimspielen, also viermal zu null tatsächlich und das auch noch gepaart mit der Rückkehr der Fans, die immer momentan für echt gute Stimmung sorgen im Stadion. Ja, das ist natürlich sowas, was dir einfach, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt ohne Fans gespielt haben, über eineinhalb Jahre, ein Jahr? Genau, zwischendrin einmal kurz ein paar, aber... Genau, aber das hat uns einfach übertrieben gefehlt. Wenn du ins Stadion fährst und da ist einfach wirklich gar niemand und da siehst du irgendwie nur zwei, drei Ordner auf der Tribüne und die Jungs und Mädels von der Presse, das ist einfach der Fußball, den du dir früher nicht erträumt hast. Also als kleines Kind das ist so, du träumst vom Fußballprofi und dann fährst du ins Stadion, dann jubeln dir 50.000 zu, gewinnst das Spiel, ich als Torwart zu null, das ist so die Idealvorstellung und während Corona war es halt so, du bist ins Stadion gefahren, hast versucht, irgendwie deine Motivation irgendwie künstlich aufzubauschen, also du hast von außen nichts bekommen, sondern du musstest dich komplett um dich selber kümmern und das hat einfach extrem gefehlt in dieser Zeit und ich bin einfach unglaublich froh, dass wir jetzt wieder Zuschauer bei uns haben und auch auswärts, dass die Jungs und Mädels mitreißen dürfen, das bedeutet uns als Mannschaft sehr viel. Chris, andere Frage, du hast vorhin schon einmal gesagt, dass Oliver Kahn dein Vorbild als Kind war, weißt du zufällig, wie viele zu null Spiele Oliver Kahn hatte in seiner ganzen Karriere? Keine Ahnung. Oder anders gefragt, weißt du, wieso ich dich das frage? Weil ich mal bei Bayern 1 war. Richtig, genau. War es nicht irgendwie 188 oder so? Ah nee, war tatsächlich noch mal ein paar mehr. Oder ich habe 188 getippt oder so. Das kann sein. Auf alle Fälle hat uns Markus Fahn auch ein paar Grüße da gelassen, Bayern 1 Moderator, die wir uns jetzt mal anhören. Übrigens großer Club-Fan. Servus Christian, hier ist Club-Mitglied 25-4-11, dein Morgen-Moderator Markus Fahn von Bayern 1. Der Christian war vor einiger Zeit mal Überraschungskandidat bei meiner Schätzfrage, die es immer um kurz vor neun im Radio gibt. Und die Frage damals war, wie viele zu null Spiele hat Oliver Kahn in seiner Karriere geschafft? Und ich glaube, Christian hat einigermaßen daneben geschätzt. Und ich weiß aber noch, dass ich ihn im Laufe des Gesprächs gefragt habe, ob er selber denn auch weiß, wie viele zu null Spiele er im Laufe seiner Karriere geschafft hat. Und da meinte er damals, nee, das bespricht man dann vielleicht mal nach der Karriere bei einem Bier. Nichtsdestotrotz, damit du nicht aus der Übung kommst, mein Lieber, gibt es jetzt Fansfinale-Frage hier im Podcast für dich. Und die lautet diesmal, wie viele zu null Spiele hast du denn bisher in allen Pflichtspielen, die du gemacht hast, geschafft? Los geht's. Was schätzt du, Chris? Pflichtspiele auf alle Fälle im Profifußball. Mit DFB-Pokal. Mit DFB-Pokal, mit Relegation. Also ich habe in meiner ersten Saison den Weiße-Weste-Award bekommen, das waren 17. So. Das sind nicht so viele. Aber schon noch deutlich mehr als 17. Ja, ja, das ist klar. Ich würde sagen, so 43. Noch ein Tick mehr. 45? Das sind 59 zu null Spiele. Okay. Ja, doch nicht schlecht. Hast du demnächst 60, machst du die 60. Ah, Jubiläum. Vielen Dank auf alle Fälle an Markus Fahn für die finale Frage und die lieben Grüße. Grüße zurück. Das ist eine absolute Legende, ne? Und Klubmitglied, wie wir gerade gehört haben, wie du jetzt. Chris, ich möchte mit dir aber nicht nur über den Fußball reden, was wir jetzt schon sehr lange gemacht haben, sondern auch über ein anderes schönes Thema. Du bist vor zwei Jahren erstmals Papa geworden und da lächelst du sofort. Wie sehr hat das das Leben von dir und deiner Freundin verändert? Ja, das stellt das komplette Leben mal auf eine andere Seite. Es ist so, dass es einfach jeden Tag unglaublich viel Spaß macht, aufzustehen. Gerade jetzt, meine Kleine ist jetzt zwei und fängt jetzt so richtig das Reden an und jetzt höre ich den ganzen Tag, Papa, was machst du? Das höre ich ungefähr 50 Mal am Tag. Ja, es ist einfach unglaublich ein schönes Gefühl, als Papa mit meiner kleinen Tochter und meiner Freundin dann durch die Gegend zu laufen. Oft ist es auch so, dass sie ans Stadion möchte, weil immer, wenn sie irgendwie das Club-Logo sieht, dann sagt sie, Papa, Arbeit, Stadion. So, und dann kommt es auch mal öfters vor, dass sie morgens dann aufsteht und sagt, Papa, Stadion. Wissen wir natürlich Bescheid, dann müssen wir jetzt ans Stadion fahren und dann gehen wir manchmal ans Stadion spazieren und schauen uns da ein bisschen die Gegend an und ja, wird eine kleine Cluberin. Sehr gut. Irgendwann dann mal bei den Clubfrauen im Kasten. Ja, genau. War sie schon mal im Stadion auch? Sie war mit, ja, mit eineinhalb Jahren war sie mal im Stadion oder nee, das war damals, glaube ich, nee, 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 nee. Das war damals in der ersten Liga sogar gegen Freiburg war sie mal mit im Stadion. Aber da war sie, müsste ich schätzen irgendwie. Wird nicht im Gedächtnis bleiben. Nee. Woran musstest du dich denn in der Anfangszeit besonders gewöhnen nach der Geburt? An den Schlafrhythmus auf jeden Fall. Ist mir sehr schwer gefallen, weil sie dann öfters aufgestanden ist, alle zwei Stunden dann zum Stillen und dementsprechend war es so, dass ich da schon öfters aufstehen musste und mich das dann auf jeden Fall die eine oder andere Nacht gekostet hat. Wie reagiert sie? Du hast gerade schon gesagt, wenn sie das Club-Logo sieht, verbindet sie sofort mit Stadion. Wie reagiert sie, wenn sie dich zum Beispiel im Fernsehen sieht? Also es ist erstaunlich, wie sie das direkt so wahrnimmt, dass es meine Arbeit ist und dass da das Stadion dazugehört und das Club-Logo und das komplette Gelände auch, sie merkt auch schon, sie weiß dann auch von den Ice-Tigers die Halle, sie sagt dann auch manchmal Tiger und dann musste ich jemanden Tiger malen und das sind wirklich überragende Sachen und jetzt war ich deine Frage gar nicht mal. Wie sie reagiert, wenn sie dich im Fernsehen sieht? Ach so. Also deine Freundin schaut ja wahrscheinlich die Auswärtsspiele ja, da habe ich jetzt ein lustiges Video jetzt vom Hamburg-Spiel, glaube ich, habe ich da ein lustiges Video bekommen, wo sie dann so auf den Fernseher schaut und oh, Papa, Papa. Ja, es ist schon krass, dass sie das so wahrnimmt, ja. Sehr niedlich. Was für Tipps hast du denn für frischgebackene Eltern oder für die, die es jetzt demnächst vielleicht werden? Was für Tipps? Also ich glaube, unser Vorteil als Familie war es so, dass wir das Ganze im Vorfeld, klar hast du dann die ganzen Pflichttermine wie Schwangerschaftsvorbereitung und so weiter und so weiter, aber wir haben uns im Großen und Ganzen jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Klar haben wir dann natürlich schon uns überlegt, wie heißt sie, wie richten wir alles ein und wie wird sie Zeit? Aber wir sind das Ganze relativ locker angegangen und ich glaube, das merkt dann auch so ein Baby und dementsprechend war dann die Zeit dann sehr schön, ja. Was würdest du sagen, was dich als Papa besonders auszeichnet? Also schwierig, also ich gehe gerne raus und ja, habe sehr viel Spaß mit ihr und unternehme sehr viel mit ihr. Bei ihr ist es halt so, dass ich ständig raus möchte und bin extrem viel draußen mit ihr und ja, ich genieße einfach jede freie Sekunde einfach mit ihr und jeder Tag einfach wirklich ein schönes Geschenk, ja. und was dich als Papa auszeichnet, habe ich jetzt einfach nochmal die beiden gefragt, die es ja eigentlich am besten wissen müssen. Ach, aha. Und auch da hören wir rein, die letzte Grußbotschaft für diese Folge. Hallo Papa. Hallo Papa. Wir wollten dir sagen, dass du der beste Papa bist, weil du so gut singst, ganz toll malen kannst, was ja auch schon zu einem Ritual geworden ist und am allerbesten kannst du heimlich Schokobons essen. Stimmt, Silvi? Tschüss. Tschüss. Ach, deswegen stehen die Schokobons hier. Tschüss. Tschüss. Äh. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum stehen hier so Schokobons und die gucken mich an. Die stehen nicht ohne Grund da, weil du immer so viele Schokobons stielst, kannst du die dann in deiner kleinen nach der Folge mitbringen. Ja. Du singst so gut. Welche Lieder denn? Ja, ich bin eher der Klassische, so Ave Maria oder so. Aber das ist eine Joke halber. Wer nicht hüpft, ist auch ein Wacher. Ja, das auch. Ein paar führter Lieder gibt es auch, die ich gut kenne. Ja, malen tue ich in letzter Zeit sehr gerne irgendwie. Keine Ahnung warum. Julia meinte ja schon, dass das ein Ritual irgendwie von mir geworden ist. Ich male eben vor jedem Auswärtsspiel immer, wenn ich wegreise, male ich ein Bild mit der Elvi und ja, irgendwie hat das Glück gebracht. Und jetzt male ich halt immer Bilder. Dann mach bitte weiter so. Genau. Chris, perfekt. Ich finde, das ist ein überragender Abschluss. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Danke dir für die spannenden Einblicke in dein Leben, in deine Karriere bislang. Und ich finde es schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, sehr. Ich habe ein bisschen zu oft dementsprechend gesagt. Jetzt haben wir vorher noch abgesprochen. Ein Euro in die Kaffeekasse. Danke auf alle Fälle euch, liebe Clubfans, fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst gerne ein bisschen Feedback da oder Wünsche, wen wir vielleicht als kommenden Gast dann an Chris' Stelle setzen sollen. Und ja, ansonsten gibt es die nächste Folge wie gewohnt. Anfang des nächsten Monats. Bis dahin. Servus. Servus. Danke. Der Club-Podcast